This is Sparta! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games mit dabei Kuddle Media! Hallo! Und Bob John! Hallo! Und jetzt geht es in 8 Sekunden schon los, die Kisten. Wir gehen wieder in Richtung Waldstück oder so. Ich renne einfach vor, ja. 2, 1, go! 1 Holzschwert. Wir haben gewonnen. 1 Holzschwert. Ich will direkt töten. Ich will direkt alles töten. Ich will direkt töten. Töten mit den Klöten. Da oben, da kämpfen wir Leute! Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben. Es leckt. Egal. Egal. Ich töte einfach alle. Es geht weiter. Ich bin's. Nein, der boxt mich nicht. Dann boxt mich nicht. Das bin ich nicht. Oh, mich boxt jemand tot. Ich lerne einfach drauf. Volle Karte drauf. Nein. Ich bin in ein Loch gefallen. Nein, echt? Ja. Und du kommst nicht mehr raus? Ist so ein Redstone Loch, ja. Scheiße. Du bist in ein Loch gefallen, wo du schon rauskommst. Da ist so ein Loch. Ich glaube, da ist Mark auch einmal reingefallen. Ja, da ist Mark auch einmal reingefallen. Boah, das ist richtig. Du bist schon wieder tot. Scheiße. Der Karl hat auch echt Pech. Ja, du gehst ab. Ich nicht. Ich geh richtig ab gerade. Ich wollte dir helfen. Das tut mir auch echt mega leid. Aber. No cut. Ja, ein Bobby. Ein Bobby. Bob, let's, let's meet at spawn. Born. Wie man hinter dir. Ja, sind Pilze. Ach, du bist hinter mir? Ja. Ich sehe dich leider nicht. Und Manu. Oh, schade gerade. Ist der Karl einfach ein Loch gefallen. Darum ist ein Loch. Also pass auf. Das war auch eingefallen. Das ist hier. Das ist richtig krack. Da unten ist auch einer. Da unten ist einer? Ja. Aber äh, den würde ich eh erstmal da lassen. Ja. Was auch hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ach, sorry. Du bist so doof gerade. Du bist so doof gerade. Okay. Okay. Let's go. Gut, Leute. Jetzt geht die Party richtig ab. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal, ob da die Truen noch sind. Oh, voilà. Hoppala. Da wollte ich gar nicht runter. Ich bin ein Noob. Ja. Verdammt. Aber ich bin noch Noob. Ich auch fall erstmal im Loch. Gehen wir zu Bahnhof. Da sind, also, ja. Also beim Zug sind richtig. Drei Leute sind da. Vier. Okay. Let's go to train. Pass auf, Simon. Über, über, über dir ist er immer. Über dir. Nee. No. Wait. Up. Äh. Upon. Ja, das ist nicht. Das ist nicht. Moped. Moped heißt der. Hobbit. Moped. Okay, okay. Pass auf. Pass auf. Der geht runter. Der geht runter. Der ist runtergegangen, Simon. Der ist jetzt Richtung Spawn. Also der ist von Spawn. Jetzt geht dann das ja so süß, ne? Ne, der Bobjum war da. Bobjum war da. Wie, wa? Du, du irritierst mich voll. Ja, der geht. Ich, 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 ich zeig euch noch, wo der ist. Ja, jetzt ist er wieder weg. Aber jetzt ist der nächste beim Spawn. Okay. Da sind zwei Leute aus Spawn Spawn. Ich bin grad fast gestorben. Ich bin grad fast gestorben. Drei Leute. Da ist jemand. Vier Leute. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was geht denn mit der Party ab? Was geht denn mit der Party ab? Was geht denn mit der Party ab? WTF ey. WTF ey. WTF ey. Oh was. Was ist da los? Das ist Moped. Den meinte ich. Ja, der ist jetzt auch fast tot. Ja. Oder zwar zurückgeportet. Oh, warum hast du dein Essen noch gegessen Moped? Ich hätte nicht gebrauchen können. Jetzt hast du es verschw- Jetzt hast du es verschw- Ey, er stirbt nicht. Egal. Er hat sein Essen verschwendet ey. Ohne Witz. Simon, hier sind nochmal zwei Leute. Einmal Bob John und einmal dieser andere. Okay, auf zu Bob John. Hat der einen Steinschwert gehabt? Der eine? Bob John, Bob John, Bob John. Yeah, Bobby. Aber der hat einen Steinschwert gehabt. Gut Bobby. Bobby hat einen Steinschwert für dich. Stone Sword. Pass auf. Pass auf. Bestritt Bob John. Bestritt Bob John. Ja, ich hab sie gekillt. Ich hab Bob John bestritt. Ich hab Bob John bestritt. Ich hab so Bob John bestritt. Da, 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 da. Kommt noch rum. Pass auf. Bob John hat fast kein Leben mehr. Nein. Die Sau hat es ausgenutzt. Die Sau hat es ausgenutzt. Die hat... Die Sau hat es ausgenutzt. Die hat gehört, dass Bob John kein Leben mehr hat. Hat es ausgenutzt. Scheiße ey. Scheiße. Egal. Egal. Ist das bestimmt. Du schaffst das. Simon, du rächtst uns. Scheiße. Ich weiß nicht, wohin ist der ganzen Müll. Nein, ist PvP. Also eben hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Müll, den ich hier habe. Sag du mal bitte, ob jemand hinter mir ist ey. Ich passe mal ganzem Müll in die Truhe. Den ganzen Müll hier. Pass auf. Im Moment ist hier aber niemand. Also ganz klingt. Okay, da kommt... Ne, da kommt niemand. Der eine ist bei der Schlucht. Ich hab so unglaublich viel Müll. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der eine ist bei der Schlucht, aber hat auch nur... Äh. Ja. Nichts. Nur bis zum Rückbauchen Steinschbett. Mal kurz. Und nein Leute, das ist kein Ghosten. Ich spektate nur und ich rede halt gerne, wenn ich denke. Äh. Außerdem gibt es kein Ghosten bei, äh. Bei Survival Games. Genau. Es gibt kein Ghosten für die ganzen... Mal kurz. Leute. Kettenhose, Eisenstiefel. Fünf Spektäter, are watching. Die Leute leben noch. Na ja Simon wird das sowieso dreißen. Also der muss uns alle jetzt... Guck mal. Der eine ist ja da unten, ne. Der ist ja da gefuckt. Ich hab alle Kettensachen nehm ich mal mit, damit keiner die Kettensachen kriegt. Hast du einen Bogen? Ne leider nicht. Boah. Ich guck mal was bei jemandem so abgeht. Ich nehme die ganzen äh guten Ausrüstungssachen wieder mit, damit die keiner anziehen kann. So. Und jetzt fühle ich dich immer ein bisschen rum. Gut. Weil äh. Okay. Warte. 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 Keine Strahle you. Warte. Es ist sicher. Ach. Nitro. Der hat sich in einem Baum versteckt. Ah. Du weißt doch wo dieses Bauernhaus ist. Na ja. Geh da mal hin. Das ist ja der Nebensborn. Also wenn er bei den Schluck bastante fühle ich dich. Der hat sich in einem Baum versteckt. Richtig nubig. Mhm. Genau. Genau deswegen ist es ganz gut wenn man jemanden hat, der einem sagen kann wie Leute sind, weil die Leute zöl eens wirklich manchmal Ich habe jetzt schon öfter gespielt die zögerns bis auf 20 minuten raus so ein dummes spiel Einfach weil die sich verstecken die denken dann einfach ich verstecke mich und dann komme ich jetzt selbst mit habe ich gewonnen Ja, aber ich meine es gibt echt leute die wirklich sich 20 minuten lang irgendwo verstecken das ist richtig krass ich bin am bahnhof Ob mich jetzt aber zu dir Einer geile musste noch eine passung ok am bahnhof am bahnhof ok da ist jemand diese kirche oder was das sein soll Kirche Ach du meinst das ist eine verfallene ruine ja ok ja ja ich bin am weg Dann ist deathmatch ne ja gut ok Ja dann ist deathmatch der hat nur goldverschrungen also keine angst ich sie wahrscheinlich ja Er sieht mich nicht er sieht mich nicht kommen er sieht mich nicht kommen doch Ich kann die gerade nicht schlagen ich kann die nicht schlagen ok Destruction warte doch Warte doch bitte Warte doch Destruction warte ich will dir nichts tun wirklich nicht ich bin total lieb Oh das war das war gar nicht schlecht gemacht von ihm das tnt Ah jetzt hat er gedacht wer da reingelaufen aber nein Oh der hat nen bogen das ist sehr geil für das deathmatch gleich Weil ich habe nämlich 40 feile Muss aber beeilen ne mit dem Ja ja ich hoffe ich kill den bevor er jetzt in meinem Arsch stirbt weil dann kriege ich nämlich nen bogen ich habe mich 40 feile das Dann kann ich im deathmatch richtig abgehen Oh das war nicht schlau an dem eigentlich Aber ich habe leider gerade gefällt Ja du bist auch so ein kleiner feiler aber ich bin größerer feiler Ja ich bin so ein kack noob Destruction Er will natürlich jetzt auch überleben weil er kommt jetzt auch an der kommt auch ins deathmatch Ungespült Eischuf ist da immer noch In der Kanalisation Der andere ist da unten wie gesagt der andere ist hier äh in dem bäumen und der andere der rennt sogar in der R So jetzt muss ich erstmal essen erstmal essen das essen ist wichtiger gerade Weil das wichtige ist das sage ich euch jetzt hier leute das wichtige ist dass ihr form deathmatch ja ich hab ihn bogen Okay gut und vielleicht So ich hab alles ich hab alles was ich brauche ich hab ich bin voll voll essen und hab volles leben alles alles gut Okay der wurde zurück gepottet Boah Simon pro pro War der eine ist tot Der andere ist 8k Was willst du? Okay rennt weg Zack So jetzt war ich der finishing move Mit der Hand mit der Hand mit der Hand mit der Hand Finishing Finishing move Mit der Hand mit der Hand mit der Hand Belastet Genesis Spar 재� Geile Leute es hat richtig Spaß gemacht wenn es euch gefallen hat Lasst einen Folgen 你 heute più suER tutti da Da würde ich einfach sagen Karls und Bopschen sunken se je in dem Video beschreiben vorlegt Bis zum nächsten mal Tchao Leute Ah!